Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Vorstellung des Sets 9462 mit dem einfachen Titel Die Mumie aus dem Jahre 2012 mit 90 Einzelteilen, davon zwei Figuren. Das Set ist damals erschienen für 9,99 Euro und eine dieser Figuren, nämlich die Mumie selbst, ist auch nur exklusiv in diesem Set erschienen. Fangen wir aber erstmal mit der weiblichen Figur an, nämlich Anne Lee, Teil der Monster Fighters Gruppe und sie hat für die damalige Zeit einen sehr aufwendigen Torso, wie ich finde und anhand dieses Torso würde ich mal abschätzen, dass zumindest der Stil, in dem sie gekleidet ist, von der viktorianischen Zeit inspiriert ist, beziehungsweise von der Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhundert, einfach aufgrund ihres Korsetts. Sie hat auch eine ganz hübsche Beinbedruckung, auf der eine Knoblauchzehe zu sehen ist, damit sie sich gegen den von Pierlord des Monsterreichs verteidigen kann. Was auch noch zu bemerken ist, dass sie ein sehr schönes Haarteil hier benutzte. Hier wurde nämlich das Haarteil wiederverwendet, was zuvor schon für die Steinzeitfrau benutzt wurde, die dort einen Knochen drin hatte und sie hat hier einen zweiten Pfeil für ihre Armburst drin. Bevor wir nun mit der Mumie weitermachen, hier noch die zweite Gesichtsbedruckung mit einem etwas zornigerem Gesicht, aber beide Gesichter haben diese Narbe über dem linken Auge. Kommen wir nun zur exklusiven Figur dieses Sets, nämlich der Mumie. Sie hat hier ein ziemlich langes Schwert und sie mag dem ein oder anderen Kenner bekannt vorkommen, denn kurz vor diesem Set erschien schon eine Mumie in der Minifiguren-Sammelserie. Die war allerdings noch detaillierter gestaltet, die hatte sogar Armbedruckung und Beinbedruckung an den Seiten. Das fehlt bei dieser Mumie leider. Dafür hat sie eine fluoreszierende Bedruckung und wie ihr sehen könnt, leuchtet die nur sehr, sehr schwach hier in der Dunkelheit. Stärker leuchtet dagegen das Skelettpferd, das die Mumienkutsche zieht, denn da ist das ganze Skelettpferd aus fluoreszierendem Material hergestellt, während das bei der Mumie eben nicht der Fall ist. Die Skelettkutsche selbst ist auch ganz schön gestaltet mit einigen goldenen Elementen. Wir haben zwei Speere an den Seiten. Wir haben einen goldenen Skorpion, auf dem der Mondstein der Mumie befestigt ist. Und ja, wir haben hinten noch Möglichkeiten, Waffen zu befestigen. Wir haben zwei kleine Laternen an den Seiten und wir haben Flammen, die vorne aus dem Pferd herauskommen. Es ist klar, in welche Richtung dieses Set geht. Das zweite Vehikel dieses Sets ist ein winzig kleiner Hubschrauber. So einen kleinen habe ich noch nie in einem Lego Set gesehen. Und da werden jetzt vielleicht auch die Fragen aufkommen. Viktorianische Zeit, Jahrhundertwende. Gab es damals schon Hubschrauber? Definitiv nein. Jedenfalls keine schon funktionierenden. Aber dieses Monster Fighters Thema, diese Monster Fighters Reihe ist sowieso eher in einer zeitlosen Ära angesetzt und befindet sich so irgendwie zwischen 1900 und 1950. Und vom Stil, finde ich, passt das Ganze hier gut rein. Dieser Hubschrauber hat keine weiteren Spielfunktionen. Nur eben den rotierbaren Propeller oben dran. Aber ansonsten nichts weiter. Außer, dass man vorne die Armbrust von Anne Lee befestigen kann, was, wie ich finde, auch ganz gut aussieht. Und das war es auch schon für dieses kleine Set. Also klein, aber fein. Das Highlight dieses Sets ist definitiv das leuchtende Skelettpferd. Mumie hätte man da meiner Meinung nach noch besser gestalten können. Aber wahrscheinlich wäre es auch nochmal aufwendiger gewesen, eine ganze Figur in fluoreszierendem Material herzustellen, da die aus mehreren Teilen besteht. Und da war das bei diesem Skelettpferd wohl deutlich einfacher. Für 10 Euro war das damals auf jeden Fall ein akzeptabler Preis, ein sehr guter Preis, der heute auch noch sehr gut wäre. Und wenn ihr das kaufen wollt, dann könnt ihr es, soweit ich weiß, auch bei eBay-Kleinerzeigen gebraucht noch für diesen Preis bekommen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie ihr das Set findet, wie ihr diese Themenreihe überhaupt findet, die ich hier gerade vorstelle. Kennt ihr die eigentlich? Habt ihr davon Sets? Ist das Ganze an euch vorbeigegangen? All das gerne unten in die Kommentare. In dem nächsten Vorstellungsvideo wird dann das Werwolf-Set vorgestellt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich würde mich natürlich freuen, euch auch da wieder begrüßen zu dürfen. Von daher bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!